Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von GTA 5. Ich habe jetzt hier mal wieder Michael am Start und ich habe jetzt zuletzt so ein, zwei uninteressante Missionen mal übersprungen. Und ich würde aber sagen, weil ich jetzt irgendwie heiß auf neue Missionen bin, auf Story-Missionen, fahren wir jetzt gleich mal zur nächsten hin. Weil ich glaube, da erwartet uns was relativ Cooles, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Weil ich habe ja das Spiel schon mal auf der Xbox 360 gespielt und habe das dann noch so ein bisschen noch im Hinterkopf, was hier so abgeht. Gut, grundsätzlich fahren wir jetzt aus der Stadt raus, erstmal mit unserer blöden Scheißkarre, die wir hier haben. Nachdem er unser eigener Sohn, also Michaels Sohn, die ihm die große Karre geklaut hat. Hier ist gerade ein Überfall auf der Straße, aber ich würde sagen, fuck it, die sollen sich um sich selber kümmern. Und ich muss jetzt ehrlich gesagt mal gucken, Moment, wo es hier lang geht. Wir müssen nämlich hier auf eine, ja zu dieser Villa von Martin Madraso. Und da fahren wir ja eigentlich schon mal richtig. Haha, wer hätte das gedacht? Jetzt haben wir ganz neue. Ich muss hier vielleicht noch nebenbei kurz nochmal meine E-Mails checken, wie man das ja macht, wenn man ein Auto fährt. Es gibt neue Mods bei der Autowerkstatt. Fenster und Felgen gibt es neu. Oh, das ist natürlich geil. Aber da warte ich ehrlich gesagt noch, bis Michael seine echte Karre wieder zurückkriegt. Und dann wird die richtig hochgepimpt. Was haben wir noch? Und es gibt neue Knarren beim Ammunation. Einfach nur neue Ware. Schlagstöcke gibt es jetzt. Aha, ja, Schlagstöcke. Habe ich ganz ehrlich gesagt noch nie benutzt. Ja, mal gucken. Vielleicht bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich dort mal bin. Und die gerade im Angebot sind, dann nehmen wir die einfach mal mit. So, wir kommen hier so langsam schön aufs Land heraus. Ist auch schön, weil gerade hier der Tag beginnt. Ah, Morgenluft auf dem Land. Wird bestimmt auch gleich bleihaltig. Bin mal gespannt, was kommt. Oh, ich sollte mal ein bisschen auf die Straße gucken, wie ich fahre. Aber wir sind ja gleich da. So. So, wo geht es hin? Jetzt haben wir eine schicke Villa. Die hätte ich auch mal gerne. Oh, und Trevor ist auch schon da. Tja, fantastisches Timing. Was ist das? Das ist ein Ding. Du sagst, du wolltest arbeiten. Das ist Arbeit. Aha. Und wer ist der Typ? Du wirst sehen. Ja? Hi. Hallo. Hallo. Wir suchen für Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink with you. Quickly! Good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit, sit, sit. What did you tell him about me about Martin Madraso? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you married Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Ah, hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. He's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's the pay? Huh? Trevor. Come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! What do you think I'm talking about with the people here? Alright. You grab a vehicle. Something versatile. I'll handle the gun. Alright! Alright! Gut, dann kann's losgehen. So, es geht zum Observatorium, wo wir hoffentlich diese Knarre finden. Wo ist denn... Bitte mein Auto... Ach, da hinten ist mein Auto, hä? Hat das automatisch umgeparkt? Sehr eigenartig. Okay. Okay, dreieinhalb Kilometer. Das ist ja doch ein bisschen Stück zu fahren. Und da muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Ah, das geht hier an den Bergstraßen entlang. Gut. Dann machen wir das mal. Das mit dieser langweiligen Karre. Der kann man nicht mal querfett ein hier reinfahren. Schade, schade. Aber ich kann euch jetzt schon mal verraten, das wird ein ziemlich cooler Auftrag. Ähm, weil wir hier... Naja, was... Ziemlich verrücktes unternehmen dann. Mike! Mike, komm da! Ich habe ein bisschen verraten Dirt-Bike. Ja, okay. Well, ich bin noch nicht in der Observatorium. Start da hin. Auf der Weg. Ich weiß, warum du mich da hinfährst. Zu diesem Manns Haus? Entstanden. Entstanden? Entstanden? Dass er ein verrückter Psycho ist und dass du das in common haben möchtest? Was ist das? Wir müssen für ihn arbeiten. Wir müssen nicht für jemanden arbeiten, aber ich lebe dich, Mann, laut und klar. Was bist du mit? All das Aztec-Stuff. Das kleine Artefacts. Was? Die kleine Fertilität-Statüte, was auch immer. Der Mann hat Probleme, den es auf. Wir werden 2-3 Millionen auf diese. Easy. Perverts werden alles für Hoffnung. Wir waren nicht in der Verbindung. Wir haben nicht eine Verkaufnahme für diesen Job. Also, was es das alles? Okay, der Mann lebt gut. Das bedeutet nicht, dass wir ihn robben, aber es bedeutet, dass er Geld hat, um Menschen zu helfen, die ihm helfen. Wenn die Zeit kommt, wird er das richtige Ding tun. Wenn er nicht, bitte, lass mich das behandeln. Du bekommst keine Frau wie so, ohne riech und ein Scheiß, oder? Was ist das denn? Du wirst nicht mehr genug machen, aber das muss nicht so stören. Ich merke gerade diese Straße, die bin ich auch noch nie gefahren. Und sie wird sich super für ein Drift-Rennen eigen. Aber ich glaube, Drift-Rennen gibt es ja hier nicht. Oh, sogar mit Tunneln. Moment, wir müssen hier abbiegen vorher. Hey, du selbstverlust! Okay, ich sehe den Fahrrad mit dem Schraub. Sind Sie nahe? Nicht weit entfernt. Schau das Flugzeug runter und ich werde bereit sein. Tee, wenn du diese Schuhe sehen könntest, könnte es dir überzeugen, dass Martin Madrazo nicht jemanden mit etwas zu messen. Schieß auf den Motor des Flugzeugs! Da ist es. Auspasse in der Stadt. Du musst in der Front schießen, um die Geschwindigkeit des Flugzeugs zu kompensieren. Das wird nächste Mal runter. Ich muss ja ein bisschen vorhalten. Und der Wind... Moment, ich kapiere es nicht. Der Wind, der kommt von links. Das heißt, ich muss nach rechts halten. Ah, Scheiße! Und das nach einem bestimmten... Nein! Nein! Ich habe sie. Das ist nach links der Stadt. Der Wind geht. 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 Okay. Ah, Mist! Das ist ein bisschen empfindlich. Ja. Ganz easy. Jetzt ist plötzlich die Markierung da und es funktioniert. So. So. Neh. So. Und schon funktioniert das. So und jetzt nochmal. Ah. Ich muss noch einen Schuss nehmen. Gib mir einen Moment. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Nein, Mann, Mann, Mann! Okay, das machen wir nochmal. Jetzt habe ich zumindest mal... ... ne Ziel Markierung bekommen, die gab's ja vorher beim ersten Mal ja nicht... ... und deswegen war das ja ein völliges Ratespiel. Soooo... dann Nummer 2 und Nummer 3 Plötzlich ist das ganz einfach Das Blatt kommt runter. Kannst du mit ihm bleiben? Okie dokie Da geht's! Das war mein Verstand. Okay, jetzt mit voller Gas gehe ich weiter. Okay. Oh, der ist aber, geht noch ganz schön weit, diese Jets im Absturz. So, wo kommst du runter? Der hält sich verdammt gut in der Luft. Da war mal die Schanze genau am richtigen Fleck. No elevator control. Very little aileron control. Serious doubts in making landing strip. Roger, November 9, Charlie Echo. He locks your manual flight control system. Pull your flaps. Run! You better be working! Okay, this guy's going down any minute. Good. Let's hope he'll take out some gross farmer while he's at it. The only thing they farm out here is methamphetamine. Ah, Trevor Phillips country. God, I miss it out here. You gotta come visit sometime. Yeah, you know what? I'm good. Losing your health too rapidly. I'm going to have to bring it down in dirt. God help us. Roger, November 9, Charlie Echo. What is your status? God help us. Oh nein! Verdammt. Verdammt. Diese Leitplanke habe ich echt nicht gesehen. Okay. Okay. Sure thing, but seriously, bro. Coming all the way out here, we gotta get paid. Just do the job. I'll get paid down the road. Halt an! The police, I'm working with the government! Hey, we crashed! Oh, oh, oh! You, you, you gotta help us! So, wen soll ich hier erledigen? So... Nope, der lebt noch. Zu? den menschlichen Kosten dieses Erends. Oh, mach es einfach, Mann, hör auf mich. Wir sprechen darüber später. Ich will, dass du die Filme einfach auslösen kannst. Ich muss diese Riefe auslösen, dann sprechen wir. Verlasse das Gebiet, heißt es. Dann fahren wir jetzt einfach mal hier in die andere Richtung runter. Ganz ohne, dass wir Polizeisterne haben. Das ist ja auch fast mal ganz neu. Wobei, zerstöre den Transporter. Oh, ach so. Moment mal. Gut, dann muss ich den erstmal hier irgendwo platzieren, dass das keiner mitkriegt. Okay. Da hinten schwebt mir eine Stelle vor. Eigentlich schade, weil dieses Scharfschützengewehr, das hätte ich schon mal gerne nochmal benutzt. Aber gut. So, das ist eine super Stelle. Zerstöre den Transporter. Tja. Oh, ach so. Ich habe gleich Benzin dabei. Okay. 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 Das war jetzt mal die schlechteste Zerstöreaktion aller Zeiten. Okay. Ich mache das einfach mit einer Granate hier. So. Jetzt hat es funktioniert. Mit so einer blöden Benzinspur funktioniert das nicht. So. Jetzt habe ich natürlich nicht daran gedacht. Ich muss ja eigentlich noch ein bisschen hier rumlatschen. Ähm. Ja, ich habe jetzt ja kein Transportmittel mehr. Deshalb muss jetzt, darf mir jetzt hier einer von den Vorbeifahrenden sein Auto leihen. So. Hier ein schönes Cabrio. Wunderbar. Hallo. Hilfe. Du darfst mir jetzt ein Auto geben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? So. Was machst du, Trevor? Nichts, was du nicht machen würdest. Trevor. Trevor. Ach. Ich würde das nicht machen. Somehow glaube ich das nicht. Okay, Trevor hat mal wieder irgendwas, äh, irgendeinen lustigen Plan. Dann fahren wir jetzt erstmal zum Betonwerk. Zum Treffpunkt. Hä? Moment mal. Das sieht auf der Karte ja ganz komisch aus. Achso. Ich muss hier im Bogen. Ich kann nicht. Wieso kann ich denn hier nicht einfach, kann ich hier nicht Luftlinie fahren? Das ist doch viel zu umständlich. Ich fahre nicht. Ich fahre doch jetzt hier einfach quer hier hoch. So. Oh. Das ist ein bisschen steil hier. Okay. Ja, okay, okay. Luftlinie haut hier wahrscheinlich nicht ganz so hin. Aber hier zumindest. Hier muss man doch rüber kommen können. Was für eine schöne Aussicht. So. So. Wo ist der Gewanderer? Tja, tut mir leid. Hab dich gar nicht gesehen. Hahaha. Und wir fahren hier jetzt doch mal ein bisschen Luftlinien. Oh oh. Äh, ja. Okay, ähm, ist egal. Ich lauf, ich lauf den Rest des Weges. Was soll's. Hahaha. Äh, ja, hallo? Äh, hallo? Was geht denn hier ab? Jetzt fährt mich dieser, dieser Hammel noch an. Was, was soll denn das, hey? Hat den dicksten Monster Truck? Ja. So, jetzt pass mal auf, was man, was man machte. So, jetzt nehme ich erst mal deine Freundin mit. So. Okay. Oh, Mist. Jetzt habe ich natürlich die Cops wieder am Hals. Na, das war wieder, das war ein bisschen doof, die Aktion. Oh, verdammt, schnell weg hier, schnell die Pampa weg. Dass die einen nicht finden. Uhuhu, schnell weg, schnell weg. Dass ich aus dem Suchradar von denen wegkomme. Okay. Okay, unten an der Straße sind schon Polizeiwagen in Aktion. Aber sie sehen mich nicht. Oh, wobei, uh, da unten läuft ein Polizist, sehe ich ganz klein. Gut, dann fahre ich noch ein Stück höher. So. Okay. Na, kommt schon. Hier ist nichts zu sehen. Ich habe nur, äh, vorher einen Wanderer überfahren und danach noch hier das Auto geklaut und dessen Fahrer noch überfahren. Aber sonst ist alles in Ordnung. Gut, sie haben es schon aufgegeben. Dann können wir jetzt hier wieder Vollgas hier reinstechen in das Betonwerk. So. Dieser Monster Truck ist ja richtig lustig. Ich glaube, ich muss den mal öfters benutzen. So. Wo ist er? Oh. 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 Okay, was das denn ist? Oh. 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 Oh, oh, White. Was ist passiert? Schöpfer. Ich weiß wirklich nicht, warum du mit Leuten mit solchen Leuten bist, Mikey. Ich meine wirklich, ich weiß nicht. Das ist eine fucking Frage. Ich habe für einen guten Tag nach einem guten Tag nach einem guten Tag nach einem guten Tag nach Arbeit. Und er hat ein bisschen Angst. Also, ich versuche, ich habe ein bisschen Angst. Hast du ihn getötet? Was für ein fucking animal du hast du mich für? Nein, ich habe ihn nicht getötet. Aber ich habe ihn getötet. Warum? Oh, nein! Oh, scheiße! Was hast du gemacht? Oh, ich habe gerade gesagt, was ich gerade gemacht habe. Oh, scheiße. Ich glaube, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen schlafen, während wir mit Martin diskutieren. Oh, du denkst? Warum solltest du nach hinten gehen? Okay, Patricia. Sie hat bereits eine Schuss. Ich weiß, ein schönes kleinen Ort, in dem wir hier sitzen können. Du weißt, es ist ein sehr relaxteres Ort. Ein kleines Gefluss, wenn du will. Ein Kabin in den Wald. Du weißt, was ich sage. Komm mal rein, mein Amistós. Komm mal rein! Oh, sogar ein Trophäe. Okay. Du hörst, Chop! Allerdings nicht mehr in dieser Folge, denn damit beenden wir das Let's Play, die Folge des Let's Plays. Hoffentlich hat es euch gefallen und wenn ja, dann sieht man sich beim nächsten Mal und wir gucken mal, was wir dann beim nächsten Mal so anstellen und was dann noch so abgeht mit diesen drei Jungs. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß noch beim Spielen.